He he, 2.7 von Farsley Woods bei Mario Land, Mario World, was haben wir denn da? Oh, gib it. Epic Fail. Level 32. Finde ich cool, die Musik. Mal sehen. Ich schlaufe, ich werde verrückt langsam. Nein. Das ist so ein Zeitpunkt gespeichert, ja? Hier. Aber das macht die Part immer so unnötig lang. Mann. So. Du mein Freund. Da wäre ich hier gerne runter gegangen, aber... Okay, kann ich das doch machen. Ich kriege einem ollen Herz. Ich glaube es nicht. Ich bin übrigens gesprungen. Hat es zumindestens vor? Das geht. Ja. Nein. Nein. Ich versteh die Scheiße nicht. Ich glaub hier gibt es auch wieder ein paar Speedups. Untertitelung des ZDF für Glanz! Nein, also. Oh Oh Das war auch knapp Das war wahnsinnig Und da ist das Level vorbei Okay Juhu What the fuck Was geht denn da ab Oh Ausgetrocknet Ja Gehen wir hier hin Auf nächster Part erst Ja 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 Ja